www.office365.com Ganz kurz ein Tutorial. Wiederich könnt ihr Office 365 anloggen und ihr ganzer Klasse schnell ein E-Mail checken. Dafür geht ihr euch auf Office.com, für euch anzuloggen. Und da logge ich dann einmal der E-Mail at 365.education.lu Und dann geht ihr das Passwort an, da zeige ich das für ihr E-Mail-Passwort. Da kommt ihr auf Office 365, auf die Startzeit, wo da verschiedene Apps sind. Die, die ihr hier braucht, ist ein Outlook. Du drückt da einfach drauf. Und da sieht ihr auch schon ein E-Mail, die ihr am Outlook ein bisschen bekommt. Da geht ihr ganz links hier auf Nouveau Courier oder die Sprache, die ihr dann immer nachgestaltet. Und da könnt ihr euch, als ich der Schauer da gehen, zum Beispiel Nozzle bei mir, und ihr wollt da 5MG ein E-Mail checken. Da kriegt ihr euch 5MG-Elef aufgewiesen. Wenn ihr da drauf geht, kriegt ihr alle gut ein Lösch mit allen guten Schülern. Aber wenn ihr noch Plus trägt, dann gehen alle Schüler einzeln aufgewiesen. Und ja, den Rest erklärt ihr schon selber. Wie ihr seht, sind alle Schüler da. Und ich kann die E-Mail checken. Das war doch schon. So, merci. Ade. 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 Ade.